Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video auf dem Krypto-Kanal. Ich bin Finn und zusammen mit Timo und Liam werden uns heute wieder die interessantesten und relevantesten Dinge aus dem Krypto-Sektor anschauen und ich zeige euch jetzt natürlich auch sofort um was es heute gehen wird. Wir werden uns erst den MBRVZ-Score anschauen, werden dann noch den Net Unrealized Profit & Loss anschauen und werden natürlich darüber sprechen wann dieser Bärenmarkt zu Ende ist, ob dieser Pump jetzt vielleicht nachhaltig ist. Danach wird Liam mit euch natürlich in den Charts nochmal die neuesten Chart-Pattern wichtigsten zu supporten, so wie Resistance Zones natürlich anschauen und als allerletztes spricht Timo dann noch darüber, was natürlich in den News aktuell passiert und zwar hat ein Insolvenzgericht jetzt einiges bei FTX entschieden, was da jetzt passieren soll. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben, eine sehr interessante Thematik auf jeden Fall und bevor wir jetzt rein starten nochmal ein herzliches Dankeschön wie immer an alle treuen Supporter von uns, die hier immer Likes auf die Videos dalassen, die uns nette Kommentare schreiben, natürlich auch gerne kritische Kommentare schreiben oder einfach was ihr sonst noch gerne von uns sehen würdet. Das unterstützt uns natürlich extrem und für alle die neu hier sind natürlich gerne auch den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, seid ihr jeden Tag, 365 Tage im Jahr up to date und ich würde sagen starten jetzt auch sofort rein. In den Ontendaten wollten wir uns jetzt den MVRVZ-Score anschauen, das ist Market Value, Realized Value, das Verhältnis zwischen diesen beiden, das heißt wenn wir unterhalb des realisierten Preises sind, sind wir hier beim MVRVZ-Score im negativen bzw. unter 1 und wenn wir natürlich einen höheren Market Value als Realized Value haben, also einen höheren Bitcoin Preis als den realisierten Preis, realisierter Preis, durchschnittlicher Einstiegspreis aller Bitcoin, dann sind wir eben hier über 1 und das ist meistens natürlich der Fall außer in den tiefsten Bärenmärkten. Jetzt waren wir eine ganze Zeit unterhalb des realisierten Preises, haben es jetzt gerade erst wieder geschafft, überhalb des realisierten Preises zu pumpen. Jetzt wäre es natürlich extrem wichtig, dass wir diesen Pump etwas halten können und nicht sofort einen Reject reinbekommen, damit wir vielleicht wirklich den realisierten Preis als Support Zone nutzen können, die uns dann vielleicht wirklich in den nächsten Bullenmarkt rein starten lassen kann. Das wäre natürlich sehr positiv, was dafür sprechen würde, während einige On-Chain-Statisten wie Statistiken, wie beispielsweise nochmal der Net Unrealized Profit und Loss, auch hier haben wir einen starken Peak gesehen, es wurde extrem viel Loss realisiert, das heißt es wurde mehr Verluste realisiert als Gewinne realisiert. Das ist ein typisches Zeichen für einen Bärenmarkt und auch ein typisches Zeichen für ein, mehr oder weniger, für die tiefsten Phasen des Bärenmärktes. Dementsprechend muss man wirklich sagen, einiges sieht gerade so aus, dass dieser letzte Pump vielleicht, vielleicht der erste Einstieg in den nächsten Bullenmarkt sein könnte. Natürlich müssen wir noch etwas abwarten, wir müssen uns in den Charts noch einiges anschauen und müssen dementsprechend schauen, dass wir wirklich einen nachhaltigen Pump haben und kein Fake-Out nach oben, was uns wieder in einen noch tieferen Bärenmarkt bringen könnte. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sieht es eigentlich nicht schlecht aus, zumindest aus On-Chain-Datensicht haben wir aus vielen Indikatoren her den Boden gesehen. Wir sind bei vielen On-Chain-Daten wirklich im Bodenbereich, im Bärenmarktbereich jetzt seit einiger Zeit gewesen, könnten damit einen soliden Boden gebildet haben und jetzt sozusagen den nächsten Bullenmarkt starten. Natürlich müssen wir uns das auf den Charts etwas genauer nochmal anschauen, um wirklich zu sehen, ob wir jetzt vielleicht nochmal Gefahr laufen, stark abverkauft zu werden. Und genau deswegen gebe ich auch an Liam weiter und wünsche euch noch viel Spaß. Okay Leute, dann wollen wir uns auch direkt nochmal die Charts anschauen und zwar heute im Weekly Daily und Only Timeframe, Weekly Channel schließt ja heute Abend. Deshalb müssen wir darauf achten, was als nächstes mit dem Bitcoin-Kurs passieren kann, auch auf den ein bisschen größeren Timeframes, eben wegen des Weekly Charts. Und hier können wir erkennen, dass der Bitcoin-Kurs tatsächlich hier genau am 0618 Fib-Level gebounced ist. Wenn wir jetzt hier das Fib-Level bzw. das Fibonacci Tracement genau einzeichnen, sollten wir hier exakt am 0618 gebounced sein. Das ist natürlich erstmal schwierig für den Bitcoin-Kurs. Gut wäre es natürlich, wenn wir mit der momentanen Weekly Channel hier über dem 05er bleiben bei 20.300 US-Dollar. Darüber wären es dann die 21.500 US-Dollar. Das hat der Bitcoin-Kurs leider diese Woche noch nicht geschafft. Aber wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, diese Weekly Channel ist natürlich sehr, sehr krass. Dementsprechend ist es natürlich nicht schlimm, da wir mit dieser Weekly Channel schon so oder so insgesamt, ich muss kurz gucken, 20% gemacht haben bis jetzt. Das bedeutet, 20% bis zum Close ist es natürlich nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier den Close nicht noch darüber haben. Das bedeutet nicht, eine 30% Weekly Channel haben. Das können wir natürlich hier nicht so voraussetzen, aber es wäre natürlich trotzdem ganz gut, wenn wir spätestens mit der nächsten oder übernächsten Weekly Channel hier über das 0618 Fib-Level gehen. Wenn wir jetzt nochmal auf den Daily Chart gehen, haben wir ja hier noch unser kleineres Fibonacci Tracement. Dieses haben wir aber ziemlich gut durchbrochen und momentan haben wir hier das erste Mal wieder seit, ich glaube, Jahresbeginn tatsächlich hier einen 1-2% Minustag. Das ist natürlich auch mal ganz gesund, ich meine, wir brauchen hier auch mal ein bisschen einen Retest hier. Bis zu 20.200 zu retesten wäre natürlich gar nicht schlimm für den Bitcoin-Kurs und wäre ganz natürlich. Leute, dann wollen wir uns natürlich auch nochmal den Auli-Chart anschauen, denn auf dem Auli können wir einfach erkennen, dass wir hier jetzt momentan das erste Mal tatsächlich länger als, keine Ahnung, 3, 4 Vorauli-Cannels konsolidieren, bevor wir wieder weiter ausbrechen. Das bedeutet, wir können uns jetzt darauf einstellen, hier vielleicht eine längere Seitwärtsbewegung zu haben, oder tatsächlich sogar nach unten hin wegzubrechen. Ich habe ja schon im gestrigen Video gesagt, dass das gut möglich ist, dass wir hier nach unten wegbrechen, falls wir nicht wieder so schnell wie die letzten Male hier einen Breakout schaffen werden. Und das kann natürlich jetzt auch passieren. Also Leute, falls es euch wie immer gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da. Und ansonsten bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn jetzt kommt der News-Part mit Timo. Nun ist das Ganze offiziell der zuständige Richter, gibt sein Go. FTX darf mit dem Verkauf von vier verschiedenen Tochterfirmen starten. Das Ganze bringt natürlich mal wieder einen Lichtblick für FTX-Kunden. Die Liquidierung von Nutzer-Assets kann damit starten. Wir haben bereits diese Woche schon einmal das Thema angerissen, deshalb heute mit recht entspannten News. Auf den Sonntag ist es nicht sehr viel News-Technisch im Cryptospace passiert. Das Ganze ist aber dann doch sehr interessant. Der Vorsitzende Richter, der sich diese Woche noch sehr kritisch dazu geäußert hat, dass diese Verkäufe stattfinden, weil in seinen Augen dadurch unter anderem Informationen, die wichtig für die Aufklärung des FTX-Prozesses relevant sein könnten, kompromittiert werden, also beispielsweise vernichtet oder verloren gehen könnten. Jetzt aber doch das Go. FTX darf mit dem Verkauf seiner Handelsplattform Ledger X sowie dem Aktienportal Amt und den beiden regionalen Ablegern FTX Japan und Europe starten. Ab heute können sich Interessenten bei der Investmentbank Perala Weinberg melden und dort ein Angebot hinterlegen. Wir haben es diese Woche schon angesprochen. Insgesamt 117 verschiedene Parteien haben bereits ihr Interesse an verschiedenen Tochterfirmen geäußert und diese können sich nun in ein Bieterverfahren begeben. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr gut für FTX-Investoren, die Liquidierung von Assets startet. Das bedeutet, wir haben den ersten Lichtblick, wo die Reise hingehen könnte. Wichtig dazu zu sagen ist, die beiden regionalen Ableger FTX Japan und FTX Europe werden wahrscheinlich nicht so viel Geld einbringen. Beispielsweise FTX Europe hat natürlich alleine vom Namen her schon sehr stark gelitten. Darüber hinaus, worum es aber eigentlich geht, ist, dass beispielsweise FTX Europe seine Lizenz von der Aufsichtsbehörde in Zypern verloren hat. Hier in Europa sowie darüber hinaus sehr, sehr viele kritische Punkte an diesen Unternehmen, die natürlich den Preis drücken werden. Trotzdem aber ein erster Lichtblick. Ich würde sagen, das war es jetzt soweit zum Video. Heute mal ein bisschen entspannter. Das Ganze ist nicht so viel passiert. Trotzdem hoffe ich aber, euch hat es gefallen. Deshalb jetzt gerne mal ein Like und ein Abo dalassen. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Das war es soweit von mir. Ciao.